Hallo, hier sind der Tiwo und die Tessa aus dem Löwenland. Das Bibi Blocksberg Musical in Lanach am 30. Juni. Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe, kommt mit ihrem neuen Programm Alles wie verhext am Donnerstag, 30. Juni, mit Beginn um 16.30 Uhr in die Lanacher Steinhalle. Ein hexischer Spaß für die ganze Familie. Vorverkastkarten gibt es in allen Reike-Filialen und unter www.media-conf.at Wir verlosen dreimal für zwei Personen Karten. Versuch doch auch dein Glück und mach mit. Tiwo und Tessa sagen Tschüss. Gebt ein Video nach oben und abonniert uns auch. Tschüss. 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 Vielen Dank.